Was mich heute am meisten stört, wo ich jedes Mal sage, das kann einfach nicht, wie diese Spieler heute nach einem Torjubel. Also das ist so ekelhaft, Entschuldigung, es ist widerlich. Nein, das ist programmiert. Ich kann doch nicht einen Torjubel programmieren. Das geht doch überhaupt nicht. Der eine küsst seinen Ring, der eine, ich weiß gar nicht, der wiegt sein Kind da. Aber die Brasilianer sollen ruhig um die Dunkelhäutchen, die sollen ruhig tanzen, das ist denen ihrer Mentalität, das ist in Ordnung. Aber wie die anderen alle jubeln, also das geht gar nicht. Sie müssen mal sehen, wenn Gerd Müller bei seinen 65.000 Toren jubelt, das ist immer gleich. Das ist immer hier raus, der, oh, und, oh. Ja, das ist Torjubel. Aber ich muss da nicht, da jetzt, ja, oder, ich weiß nicht, manchmal komme ich mir blöd vor, wenn ich das erzähle. Weil das heute gang und gäbe ist, aber das hat mit echter Freude nichts zu tun.